hallo ich zeige euch heute ein video wie ich seife hersteller und zwar habe ich hier auch eine liste vorbereitet und jetzt werde ich schritt für schritt die seifen herstellung beginnen nachdem ich nun meine kernseife zerkleinert habe nehme ich ein paar teelöffeln von dieser kernseife in meine portionsschüssel werde etwas heißes wasser dazu geben und nehme aus der kräutermischung 1 bis 2 teelöffeln und werde alles schön vermischen vermischen 1 12 1 8 9 9 Vielen Dank.